Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Nio Remastered. Kennt ihr solche Tage? An denen geht es so schleppend voran. Und diese Tage sind seltsamerweise für mich immer, wenn ich Nio vorhabe aufzunehmen. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer ein bisschen Angst vor Nio. Durch die vulkanische Aktivität gibt es in Japan viele natürliche heiße Quellen, in denen du baden kannst, um deine Schmerzen zu lindern und wieder zu Kräften zu kommen. Ein äußerst erfrischendes Erlebnis. Ja, wir befinden uns am entweiten Berg, in dem sich vermutlich der Kille verstecken soll. Wir sind The Duelium. Wir haben immer nur unsere Kaido-Rüstung an, haben die Kaido-Achse dabei, spielen aber der Zeit mit der... Hä, guck mal, ich habe doch die Kaido-Achse ausgerüstet. Ja, aber er hat nur eine Axt auf dem Rücken. Also das passt animationsmäßig nicht. Das hat zwei Echse auf dem Rücken. Ein entweiter heiliger Berg. Ja, wir sind hier. Ich möchte nur ganz kurz mal meine Fähigkeiten reinschauen. Hier. Will ich das eigentlich? Nee, warte mal. Was wollte ich denn tun? Wie kann ich das denn erlernen? Tiefe Haltung am Ende ein... Ich mache meistens die mittlere Haltung. Mittelhaltung hier. Kann ich nicht... Doppelkatana, ist ja auch klar. Da kannst du machen, was du willst. So, das habe ich alles schon gelernt. Ja. Okay. Ich will doch aber eigentlich... Missionsstube 120. Äh, ist schon ein bisschen... Hier. Hier wollte ich doch hin. Wir haben noch sechs übrig. Hier ist unsere Axt. Das haben wir schon. Okay. Okay. Du rammst den Gegner und lässt ihn abheben. Hm. Irgendwas, äh, was mir... Oh, das ist grün. Grün ist gut. Angriff mit bloßen Händen. Angriff mit Nahkampfwaffen. Eins fehlt mir noch. Okay, gut. Dann muss ich noch warten. Jetzt haben wir hier null. Aber hier haben wir vier. Aber ich glaube, hier wollte ich auch eher ein bisschen warten, oder? Das könnten wir halt machen. Wir lassen das erstmal ganz kurz. So, ähm, wir haben keine Karte. Ich weiß, wir haben keine Karte und ich finde es sehr blöd. Wir haben einige Kodamas schon gefunden. Zwei? Warte mal, wir gucken mal ganz kurz da unten hin. Einen? Wir haben nur einen gefunden, weil der eine ist ja der Hausherr. Äh, Entschuldigung, Sir, was soll das denn hier? Haha. Ich hab geblockt. Ich kann nämlich blocken. kein Freund von Fackeln. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht mir ganz gut tun, damit ich was sehe. Oh, diese Kiste. Äh. Wie konnte ich denn da über... Ach, hier kommt Schofi. So, wir haben jetzt hier eine Kiste. Sehe ich denn da irgendwas, was cool ist und was nicht? Nee, wir hoffen einfach mal, dass nichts Böses drin ist. Eine Kaido-Achse haben wir bekommen. Guck mal, wie stark die ist. Hä, wo ist hier denn die Kaido-Achse? Das ist unsere jetzige. Die hat 710. Die mag ich sehr gern. 118 hat sie halt. Okay, gut. Äh, ja, dann nicht. Ich mag es nicht, dass hier so viel Nebel ist. Ich verstehe auch nicht, warum ich so wenig sehe und auf der Aufnahme sieht es viel besser aus. Vielleicht soll ich über einen kleinen Bildschirm spielen. Ich erinnere mich aber an hier dran. Hä? Das verstehe ich aber nicht, wie soll das funktionieren? Nee, aber gerade stark verwundert. So, ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie Luft rauskommt, wenn es uns kaputt macht. Oh. Hey. Hopp. Niemand liebt dich. Geh weg. So, sag ich doch. Niemand liebt dich. Oh nein, ich höre schon wieder. Oh, ich hasse die. Die schmeißen einen so gern in Löcher rein, diese doofen. Blittermäuse. Hier ist schon mal kein Loch. Hä? Aber hier ist ja wo jemand. Okay. Sonne! Hä? Es ist hier Tag draußen. Das ist ja wunderbar. Oh. Äh. Ach. Herr. Herr Sir, das ist aber, äh, nicht schön. Was sie da tun. Kann sie nicht mal umfallen? Was soll denn das? Okay, ich hab voll den, voll den Pfeil im Kopf ab. So, geht doch. So, da ich mir schissfrisch bin, essen wir jetzt erstmal zwei kleine Geister. Oh. Wir haben keine mehr. Ah, nein, nicht so einer. Der folgt mir auch noch. Oof, da war auch knapp jetzt. Gut, gehts hier irgendwo runter? Äh, ja, nur sehr tief leider. Äh, ja. Okay, gut. Wir müssen jetzt mal wieder unsere Geistersteine irgendwie ein bisschen zusammenhalten. Da drüben ist auch ein Kodama. Ich soll darauf achten, ich habe ja gelebt. Da ist ein Kodama. Ich höre da nix, ey. Warte mal, ich geh mal hier runter wieder. Ich höre da echt nix, dass der hier in der Nähe ist. Hey, sind meine Ohren so schlecht? Das ist ja schrecklich. Ich hab mal so gute Ohren, weil ich meine Ohren zerstörte. Hört ihr hier was? Ich höre nix, ey. Jetzt höre ich was, aber jetzt eben hab ich nix gehört. Dass der irgendwelche Gerüche von sich gibt. Ähm. Hier ist ein Bambuswald. Kommen wir nicht von hier? Ja, von hier kamen wir doch. Ich höre schon wieder irgendwas auf meinem rechten Ohr. Es ist völlig ungeil. Ei, ei, ei. Wieso ist hier so viel Platz? Ach, hör doch auf. Wir müssen mal schnell jemanden abschießen. Hier muss irgendwo einer sein, den ich abschießen kann. Ich höre die doch die ganze Zeit. Was sind die denn? Sind sie links auf meinem Ohr? Rechts? Irgendwo geradeaus, oder was? Ach, da hinten sind sie. Die Herren Schnürschuhe. Da oben hast du mir Schuhe. Sowohl aufpassen. Wenn du mich hier umbringst. Hetge ist kein Problem,ssohl, hat mich noch angekotzt. Ja, so ja, Gegengift. Ich muss mir hier Gegengift laying holen? Hallo, Gegengift. Wo bist du? Oh Gott Wieso ist das nie Sortiert? Okay, geht noch So, jetzt gehen wir mal hinten hin kämpfen Diese Was ist hier los? Hallo, ich bin da Oh, ich glaube dafür Das war nicht verbraucht Naja Abwärts tritt, okay Hä? Wo kommen wir denn hier hin? Scheinbar war man hier schon mal Wir haben hier schon was leer geräumt Ach, wir brennen, Hilfe Aha Aha Okay, gut, dann reiben wir wieder zurück Hier waren wir ja schon Hier können wir jetzt locker flockig nach oben gehen Hier ist sehr viel los, bis man dahin kommt Wo man hin will, glaube ich Zum Calais Ich hoffe natürlich, er ist hier Also ich glaube, das ist jetzt das wirklich letzte Ach ja, von da kommen wir Ich glaube, das ist die letzte Welt Unser letzter Abstecher, oder? Ich weiß es nicht So, hier ist wieder schön hell Wirklich sehr schön hier Ich will da rüber Aber Ich wird irgendwann mal gesehen Ich will da unten Hä? Was ist hier? Ich weiß ja gar nicht, wer von euch böse ist Wahrscheinlich er Los, bring ihn um Alter, was ist mit euch denn das? Ihr seid ja so Wie kämpfen wir miteinander Hä? Ach, der hat da schnell so ein Ding hin gemacht Im Kampf gesterbselt Oh, da unten ist auch noch was Ei, ei, ei Okay, äh, ja, ne? Shino Saizuke Die haben wir jetzt eben auch schon übergraben Das schaffen wir doch schon Ei, ei Höh Das ist doch wohl nicht wahr Ich gehe in den Arsch, ey Was bedeutet er zwei? Achso Das kann doch wohl nicht wahr sein Was für eine Kacke Von hier kamen wir, oder? Das ist doch wohl nicht wahr Was für eine Scheiße Oh Toll, ey Ist mir ja schon lange nicht mehr passiert, muss ich sagen Ach, die können wir so rummachen Ist aber auch gefährlich hier, ey Wollen wir auch schon sagen Haha, die sind doch wieder hier und kämpfen Ach, ne, er hat ihn schon umgebracht Was ist bei ihnen hier aber umgebracht? Oh, was ist bei ihnen hier aber umgebracht? Oh, was ist bei ihnen hier aber umgebracht? Oh, was ist bei ihnen hier Hoff ich zumindest. Ah, das hätte ich eigentlich wohl doch eigentlich auf Online stellen. Oh! Warte, dann komm mit mir! Aufpassen, die scheinen keine Riko zu sein. Okay. Da unten will ich hin, bitte. Oh Gott! 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 Wir haben gerade mal zwei gefunden. Was ist denn das für ein Berg? 600.000? Nee, das schaffen wir leider nicht. Dann gehen wir mal auf die Reise. Okay. Oh Gott! Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh je leu. Und... Und... ... ... ... ... ... Sterb doch alt vorn ab. Oh, da ist eine Brücke, da geht's im Wald... Hier wollen sie das wissen, oder? Bitte best. Oyami Hoki, den haben sie jetzt eben umgebracht, glaube ich. Eieiei, da ist aber jemand abruf. Ich werde dann noch die selbe täglich wie ich. Du musst mich schon jetzt nicht umbringen. Ich werde es allen erzählen, dass ich dich umgebracht habe. Verdammt. Das wirklich nicht sein wird. Ich glaube so wohl nicht. Ich hätte halt gerne wirklich eine Karte. Weil, muss ich jetzt da drüben rein oder soll ich lieber wieder in die Höhle gehen? Ich meine, wir haben hier neun Kodama. Wahrscheinlich ist das ein Riesengebiet hier. Wieso blinkt denn das hier so? Ist auch gar kein Feuer. Ach. Ach. Sehr schön. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. Gucken wir hier runter. Oder hier rüber? Oh. Oh. Geht wieder rein. Hä, was ist hier? Hä? Hä, was ist denn das für ein kleines Haus? Wo kommt denn das kleine Haus bei mir her? Ist es zu weit runter, kann er nicht. Gute Willi. Da ist eine heiße Quelle. Oh, wir haben voll den langen Pferdeschwanz. Okay, bevor wir hier in den Tod stürzen vermutlich. Würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Fallt nicht in irgendwelche Löcher. Das wäre besser für uns alle. Auf Wiedersehen. Tschüss. 30 Mal. 5,000 A. 0,000 A. 1,000 A.